Du hast geschlagen und hast mich erwischt. Scheiße. Aber schön, dass du auch nichts verlassen hast. Wir versuchen gerade durch unser Haus zu buddeln. Ja, ich seh... Was? Wir haben ne Höhle gefunden. Also ich hab ne Höhle in der Mine gefunden, wir wollen uns gerade da hinbuddeln. Ich bin ganz froh, dass ich wieder hier sparte. Hast du mir hier ganze Material eigentlich damit? Nee, eigentlich nicht. Aber warte mal, was ist mit deiner... Warte... Das... 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 Warte mal, lass mich mal höher gehen, damit das nicht wieder in mein Inventar prallt. Geh mal einen Schritt zurück. Warte, ich seh alles. Hallo, Ben, was ist denn? Ben! Was denn? Weg! Ich muss, so du, runter. Damit es nicht wieder in mein Inventar fällt. Schmeiß mich zu. Holzschwert. Schaufel. Schaufel. Was ist noch deins? Akazienholz ist deins. Na? Und dann waren noch... Ach, da ist ein Sinn. Ja, das weiß ich nicht. Die Stickys sind auch nicht meine, die hatte ich in die Truhe getan. Nee, das waren aber nicht meine, die... Steindinger. Aber die Stickys war meins und was mir war, war... Ich hab noch vorne das Schweinefleisch. Und... Holz... Da hab noch ne Holzstück habe. Genau. Da hätt ich zwei. Noch ne Holzspitzhacke. Gut, das wars. Hallo, die Axt wieder zurückkommen. Hallo, die Axt wieder zurückkommen. Äh... Du musst ein bisschen weiter. Du musst ein bisschen weiter werfen. Jetzt. Hast du, hast du. So, jetzt unter dem Sandstein lang bauen. Nicht wieder nach oben. Ah, da oben müssen wir mal zumachen. Ben? Prost. Also, äh... Ich könnte mit Ben von der anderen Seite dagegen bauen. Tja, was auch immer ihr vorhabt. Warte mal, hier muss ich jetzt erstmal zumachen. So. Ben, komme mit! Ja. Wir müssen mal in der Pyramide sichern. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich hinbaue. Ja, ähm... Mach erstmal nen Schacht. Zehn... Zehn Steine von unserem Haus geradeaus weg. Achso, ich arbeite mich schon langsam unterwärts. Oh, Tobi! 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 Genau. Sehr schön. Dankeschön. So. Hei, 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 was ist, was ist, was ist, was ist, was ist immer hier jetzt her? Oh, ich hab Kohle gefunden. Tobi! 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 useless kenntats. Deshalb hab ich ihr Angst. So. Ich weiß nicht, warum wir unbedingt den Schach von unserem Haus hier hindutteln? Ich frage mich gerade, ob wir das treffen! Ohne größere Landvermessung. Skelett! Das ist einfach Unterwärts bei unserem Haus. Weil hier ist aber ne schöne Höh... Oh, Entschuldigung, Ben. Verdammt. Da hau mich nicht. Weil hier ist schon ne schöne... Oh, Kohle. Ich sehe ja ja nisch. asses, ey. Ich- also, ich sehe ja, ich habe meine Bildschirmherdigkeit... da kommt ein Skelett von unten, Vorsicht. Ja gut, dann ist es klar, dass du was siehst, wenn die Bildschirmhelligkeit sonst du hast. Ja, weil ich sonst immer überhaupt nicht auch kenne, deshalb... Ich finde es schön, dass wir die Kohleflöße nach dem Update ein bisschen größer gemacht haben, dass es nicht nur 3,4 sind, sondern halt gleich, keine Ahnung, 10, 20. Oh, hier sind es gerade sehr viele. Ich glaube, es sind zwei. Weißt du, was auch schön ist? Du findest irgendeinen Rohstoff, baust uns ab und dann kommt Lava hinterhergeschossen und ist tot. Ja. Ich bin Jelita, finde sie. Deshalb, ich finde es mal lustig, ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ich habe irgendeinen Let's Player dazu gesehen, der stand direkt auf dem Block, den er abgebaut hat und fiel und drunter in eine Höhle in Lava. Vorher Diamanten gefunden, alles schön, Gold, toll, alles weg. Alles weg. So. Guck mal mal tiefer in die Höhle, wenn. Aua. Ich meine Licht hier. Böses, altes Skelett. Böses, altes Skelett. Oh, Eisen auch gleich, sehr schön. Oh, Ben, sag was, dass du Fackeln setzt gerade. Warte, ich habe gerade ernsthaft gedacht, ich habe auf Lava geüttelt. Wo hast du die Frage denn hier? Hat das Scrapish aus Kohle? Du hast, ach so, du hast cool? Wo hast du die cool, ja? Ja, die bauen wir hier gerade ab. Achso, achso, gut. Stimmt, richtig. Ich weiß schon, ich habe ja keine. Oh, hier in die Höhle, okay. Ja, dann könnten wir auch tatsächlich unser Haus irgendwie weiterbuddeln und hoffen, dass wir was sind. Ich könnte zu euch buddeln, ich habe gerade Ben seinen Namen gesehen. Oh, ja, dann bauen wir einen Buddeln in unsere Richtung. Warte, warte, warte. Ähm, geht nochmal auf die alte Stelle zurück. Ja, mach mal. Also, lauf mal. Warte, stehen bleiben, Ben. Warte, ich bin zu Ben, aber nicht mich. Ich bin neben Ben. Ja, wenn die Namen überlappen, jetzt sehe ich auch deinen. Ich setze Fackeln. Ich frage mich, ob ich gerade in die richtige Richtung buddle, ich weiß es nicht. Warte, warte, ich komme. Bin gleich da. Sein Stück tiefer als ich. Durchbruch! Nein, theoretisch müsste er aus der Richtung kommen. Vom Osten auch am Westen. Geht vorher gesagt, ich sehe dich. Ja, ja, ich baue dir entgegen. Ja, wo ich komme? Oh, hallo! Ach, die Westis! Ja, was war ich? Ja, ist ja. Ach, hier ist es schön. Wieder zurück. Ach, hier ist es schön. Wieder zurück. Wird überbewertet, also. Ähm... Ben, komm mal mit. Ach ja, ich werde wieder ausgeschlossen. Äh, ich muss echt meine Bildschirmhelligkeit lösen. Ja, aber Ben hat die Kohle. Ich habe noch viel mehr Kohle. Äh, ne, ich habe nur 5 Kohle. Das reicht. Ich habe 49 Kohle. Ach, das will ich doch gar nicht. Ähm... Ähm... Was? Nehmt euch mal ein bisschen Fleisch. Oh, ich habe Eisenherz. Ich mache hier im Ofen was, was vielleicht. Ach so, du machst gerade Fleisch. Ich wollte gerade das Eisenherz einschmelzen. Auch Eisenherz. Wir dürfen geschmissen, auch wenn das gelegt ist. Ja, ich habe schon... Oh ja, ein Steak. Ja, das habe ich euch mal schon gegeben. Und ich habe eine Hähnchenkeule. Ja, wer will ein Steak? Ich habe 7. Ich brauche nicht 7. Ich esse es mal ein. Jam, 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 jam. Jawohl. Ach Mensch, ich esse es doch mal einfach. Möchte noch jemand ein? Ich habe mir gerade 2 genommen. Bitte immer noch. Ich muss mir jetzt mal Holz holen. Böser Junge, ich heize jetzt mal mit Holz. Nein. Oh, da sind noch 2 Steaks nicht fertig. Mache ich das gleich mal. So, ich habe erst mal 21 Fackeln. Ach, mit Holz kann man das auch machen. Mit Holz, du kannst da alles reintun, was prinzipiell brennt. Ach, das wusste ich nicht mehr. Das ist halt immer ein bisschen... Ging das am Anfang auch? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Also, so weiß ich, seitdem ich Meisterkraft spiele, schon. Ging das immer her. Wer hat denn da jetzt sein Eisenherr reingeschmissen? Ich. Recher. Okay, ich frage mal jetzt. Jetzt sind da 14. Die Zahl sieht schöner aus. Ich habe Leitern. Habe ich... Ja, wenn wir hier übrigens die Dorfbezöcker rumölchen, können wir es auch gleich richtig machen und können uns alles holen, was sie haben. Ja, wenn dann richtig. Gucken, wer überhaupt noch lebt, nachdem ich die Kirche ausgerottet habe. Also, die waren alle drin. Norm rottet die Kirche aus. Jawohl. Ungünstiger als... Ja. Brauchen wir Türen? Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Warum macht man bei mir nicht immer wieder die Tür hier zu? Das wäre eigentlich eine Idee, die Türen mitzunehmen. Ja, deswegen. Das muss man alles nicht kraften und wenn wir hier eh keinen mehr drin haben. Ich habe auch schon die Leitern abgebaut. Die Fenster bringen ja nur nichts. Geht ja nicht. Fackeln. Kannst du alles mitnehmen. Die haben so schön Schamanchi-Schuhe. Wir können ja irgendwie weiterziehen, gucken, dass wir das nächste Dorf finden. Schlachten das Dorf aus. Die Täune kann man mit... Mach ich immer so. Also ist jetzt der Plan. Ich grabe mich tiefer ins. In die Höhle. Ja, oder wollen wir gleich umziehen und nehmen alles mit, solange wir auch noch können. Also ich würde nur alles mitnehmen, ja, ja. Also wenn wir uns verbrühten, und suchen wir uns gleich ein neues Pild, Plätzchen, dass wir tagsüber aufbrechen, dass wir uns ganz viel treibend und so noch mitnehmen. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich dachte, da kommt man hier schon noch ein bisschen vorn. Ja, aber ich glaube, hier unten drunter kommt nicht so viel. So, jetzt mal. Ja, ich komme. Wer kommt? Lukas kommt. Ich komme wieder raus aus meiner Höhle. Kommst du wieder raus? So. Dann packe ich jetzt mal alles aus meiner Truhe ein. Oh, wir dürfen so jetzt nicht verunglücken. Wir verlieren alles. Nur so kleine, bescheidene Existenz. Oh ja. Dann weine ich echt. Dann weine ich das erste Mal im Let's Play. Also du willst das noch öfters machen, okay. Ich wollte das öfter machen, ja, ja. Das wein. Ich habe sogar mal überlegt, Ja, lass aber auch immer wieder die Tür offen. Denn heute ist ja alles los. Andes Seed kann man da lassen. Ich habe es einfach mitgenommen. Sandstein, naja, ich bin voll deshalb, also. Ja, Entschuldigung, ich habe auch eine Hände. Ja, Ben, komm mal her, du hast ja noch Platz ohne Hände. Ja, warte mal, ich baue hier gerade alles ab. Ich komme hier nicht mehr. Soll ich Sandstein mitnehmen? Nee, achso, ne, warte mal hier, ich habe da was ab. Sandstein baue ich nicht. Hier, guck mal rein. Ich gehe mal einmal in die Wüste und da haben wir alles. Ah, ich bin bei der Ecke. Nur kannst du mal alles ein, ist okay. So, warte. Auch noch Licht und noch die Tür, kann man auch mitnehmen. Oh, hier haben wir noch hier weiter, das was man auch nicht. Ich habe doch irgendwo jetzt noch Zäune gesehen, die man mitnehmen kann. Ja, die habe ich schon abgebaut gehabt. Ah, nee, davon und davon und davon, ich sehe es. Und zweit, hier ist noch auf dem Haus was draus. Ja, genau, die meine ich auch. So, ja, dann mach das mal. Irgendwo war noch ein Feld. Das hinten, das hatte ich schon abgegrast. Achso, okay. Ja. Ähm, ich höre doch am liebsten, wo hier eine schöne Wiese ist oder so. Eine Wiese? Hier ist es nicht so, hier ist es nicht so hübsch. Also zum Einstieg ist ganz nett, aber leben will man hier nicht, ne? Äh, immer die komischen Bäume und die... Ich mag die echt nicht, aber das ist nicht mein... Erstens das und zweitens, ich bin sie kein Freund von... Oder wie ich so Arsch bin, ja? Von dem Spinnen bin ich überhaupt kein Freund. Aua! Hilfe! Alle kenne Türen mehr als bei Säuser. Alles, 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 alles! Du hast mich gehauen! Ich? Wie denn? Weiß ich nicht. Ich sterbe. Verklemmert aber jetzt hinter dir. Wie viele Spinnen, die sich vielleicht gehauen hat. Ich hab ganz viele Türen bei, also wir könnten uns auch nochmal... Ich müsste jetzt auch ein paar Türen haben. So, du wachstest, das ist vielleicht gar nicht mehr so ein Wunschlicht. Ich hab jetzt 41 Zaun und drei Türen, hab ich. Ich hab fünf Türen, also mit der, die noch in der Wand hängt. Ich hab noch vier Türen dabei, ich hab 16 Zäune, ich hab irgendwie 24 nochmal, das kann man zusammentun, haben wir schon mal mehr. 48 Weizenkörner, 15 Weizen, ja, neun Leitern, 49 Kohle. Ja, ich hab auch ne Menge. Neunmal Dynamit, ich hab noch 22 Gold, ich hab 16, ich hab 10 Steaks, falls jemand hoher hat. Das ist gut. Huch, hab ich meine Hacke wegschmissen. Nein. Meine Hacke, wer hat meine Hacke? Weil ich, ich hab sie, ich hab sie. Gib mir meine Hacke zurück. Na, wo ist Kuh? Hab mich ohne so nackt gefühlt, danke. So, wird's langsam mal hell da draußen? Brauchbar, ey. Ne, irgendwie nicht. Ja. Rantale! Ich hab mir übelst die Feine reingeflogen. Aua! Ich glaub, ich muss unbedingt das PvP ausmachen auf dem Server. Wir töten uns noch gegenseitig, ich seh das schon. Ich glaub's auch. Wir hacken mal gemeinsam in ne Wand und hacken uns. Ja, ja, also ich glaub, ich muss wirklich das scheiß PvP ausmachen. Wie vorhin, wie ich erschlagen wurde, eisgeil, hinterrücks. In welche Richtung wollen wir überhaupt gehen? Ähm, das ist entscheidmomentell. Ich hab die Tür schon mal einkasiert, da liegt jetzt Sand. Nicht, dass ich die Tür vergesse. Ich hab auch nen Feuerstein. Das ist toll. Die Flintstones. Ja, die Flintstones. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Aua! Entschuldigung, ich hab grad abgebaut, Mann. Ich sag froh, dass es nicht mit nem Schwert war. Wie gesagt. Ich bin gut geschützt, ich hab ne Lederkappe. Ich hätt grad Lust drauf zu hauen. Passiert du, ich ja eigentlich auch will. Ja, gut, stimmt, ja doch. Ja, das ist klar. Ich glaub, es wird hell. Oh, es wird hell, es wird langsam hell. Bada, 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 bada. Ja, ich würd, unabhängig von der Richtung, ich würd vielleicht einfach sagen, wir gucken, mal auf ne höhere Umgebung. Weil jetzt nach Norden in ne Wüste latschen, muss man auch nicht. Passiert mir jemand hier das Ding ein? Ja. Wollen wir los? Warte. Muss mir noch ein Sechchen einziehen, es wird geil draußen. Oh. Sorry, jetzt auch. Ich wär erstmal hier hoch auf den Hügel. Ich hab jetzt schon zwei Schutze, also das habt ihr nicht. Ich bin trotzdem klarst du tot. Ach, steht ein Kripper. Komm. Ich lauf einfach mal Norden hinterher. Der Hoffnung, dass er weiß, was er tut. Mülltenzahlen. Dö. 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 Hallo Kinder, ihr seid scheiße. In vorne steht aber so. Da ist Wüste, da ist, hm, ist die Dschungel, da ist Küster. An der Nordsee, Küste, bap 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 bap. Tja, sieht düster aus, also wir sind eigentlich von Wüste umgeben. Wir könnten natürlich jetzt sagen... In die Sache, ich hab euch verloren. Hast du Pech? Nein, du, also jeder stolpfer sich allein, wer zurück bleibt, bleibt zurück. Ja. Zusammen leben, allein sterben. Ich find's natürlich schön, wenn der Zweite mal auf dem Server liegt. Wir sind oben auf diesem scheiß Berg. Ich war doch gerade auf dem scheiß Berg. Ich war hier weit unten. Ja, doch, da unten. Der Berg ruft. Oh, scheiße. Hallo. Du. Ah, nein, schau. Ja, ja. Ja, wir sind da herrennt. Und dieses Boom geht in den Augen. Du stürbst. Ah! Alter, ich hab ein Herz. Dann würd ich jetzt nicht runterfallen. Hier bin ich ja runterfallen. Eine Höhle im Berg. Oh, Kohle. Du bist eine Höhle im Berg. Alter, Kacken. Tu nicht immer alles einkassieren, Norm. Das find ich nicht gut. Warte. Hallo, dieses Spiel ist überhaupt nichts für Sammler, ja? Ja, wo, Kohle? Wo? Aua! Was denn? Alter, Mann! Au! Au! Die kippen sich jetzt. Die Leute! Au! Wir sollten das echt wahr ausstellen. Ernsthaft. Ja, Mann. Wohl's lustig ist. Ja, aber es ist glöd. Mensch, bis jetzt lebendralle. Hier, wir sind nicht wegen Feinzen fast gestorben, sondern wegen Kohle, ne? Soll ich nicht immer sagen. Faltig, die wir sowieso alle zusammen verwenden. Eben. Ist ja nicht so, dass wir doch dann sagen, Nö, jetzt sind beide Täter das, was er hat. Und fertig. Hier, da hinten ist noch ein Dorf. Da gehen wir hin. Hat eigentlich jemand die Fackeln aus der Höhle mitgenommen, die wir vorhin gegraben haben? Gut. Ich hab mir schon gedacht. Du lädst das drauf, nicht? Aua! Nur noch eins. Schwarz. Hast du auch nur eins? Ja. Also wir brauchen unbedingt ein Bett. Hast du noch Fleisch? Ja. Ist Fleisch. Ja, ich hab noch Fleisch. Ist alles auf, damit dein Markenmutter voll ist. Dann föhnen sich dein Herzen. So, siehst du jetzt auch schon das Dorf? Oder ist deine Chunkweite so weit unten, dass du es noch nicht sehen kannst? Ich muss erst mal hoch. Ach da. Ah ja. Ist sogar... Nee, ist nicht aus Holz. Oh, hier ist auch eine schöne Höhle. Also ein Eingang zumindest. Wer weiß, muss jetzt nicht unbedingt groß sein. Scheiße, ich bin da reingefallen. Das war ein Reinfall. Warte mal, ich guck mal. Hier gibt es noch eine andere Seite.